so ja 3 alter wird auch ganz schön schnell voll voll kann sagen 43 prozent und der 53 prozent und der war schon bei 56 das geht ja ratze die fahrt hier meine lieben freunde das geht rubbel die katz und dann läuft das ganze doch echt echt gut ich möchte ganz gerne jetzt das feld irgendwie fertig haben auch wenn wir jetzt ein bisschen am dreschen sind gerade eben ein bisschen hin und her aber das macht ja nichts hört ihr die vögel zwitschern ist doch nice oder ich feier mega die berge da hinten die sind echt mega geil echt mega geil so mega so bombe so richtig geil guck dir das an wie das jetzt einfach passen wird guck dir an wie das jetzt einfach passen wird 99 und 100 guck dir das jetzt alles muss ich nur zurücksetzen zurücksetzen und ort wie das passt einfach nur beste sache guck und zack kann ich abtanken und einfach nur geile sache geile sache so kurz gehustet alter schwede muss auch mal sein naja eigentlich ja alter norweger weil ist ja so so dann schmeißen wir die kiste mal wieder an ja ich wollte kiste anschmeißen die auch steigen so taste 2 reingekloppt hier ja fahr bevor wir den anhänger kaputt noch mache b-taste gedrückt zum anschalten und dann machen wir einfach mal weiter hier irgendwann müssen wir das ja mal packen hier mit unserem popeligen popeligen drescher das ist ja echt irgendwie eine strafe wenn ich mal darüber nachdenke drüber nachdenke das ganze feld hier das ist natürlich noch ein kleiner akt ne vor allem mit diesem mit diesem wahnsinnig großen gigantischen hightech schneitwerk mit drescher hinten dran der das ganze ding einfach bedient und dieser geile chabo der geile barbo der da drauf sitzt auf seinem drescher der den ganzen drescher bedient und fährt und so weiter und so fort und pipapo und tralala das ist natürlich eine bomben sache hier das ist eine bomben stimmungen auch und da ja es muss einfach so sein naja ich hoffe dass ich die tat die nächste mal irgendwie mir einen anderen drescher besorgen kann damit ich da auch nicht so auf diesem kleinen mehlwerk immer sitzen muss da ist ein bisschen bisschen peinlich naja auf jeden fall müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden dadurch dass wir ja jetzt hier noch ein bisschen was zu tun haben das andere feld seht ja gerade noch von daher ist es nicht allzu schlimm dann können wir gleich darüber übersteigen ja genau und ja dann haben wir das auf jeden fall haben wir auf jeden fall ein bisschen was zu tun in der nächsten zeit und ja auf jeden fall halte ich euch auf jeden fall bei laune hoffe ich doch mal ich weiß ja nicht ich muss mir nachher noch mal die ganzen kommentare und alles angucken aber ich hoffe doch dass es euch sehr gefallen wird hier auf meinem kleinen bauernhof und und ähm beziehungsweise ich muss ja eher sagen in meinem kleinen camping wagen ne meiner camping putze die ich da ja am äh bahngleis stehen habe ja oh ich bin voll äh ja nee ich habe ja ich habe ja mein camping wagen an dem bahngleis stehen das äh klingt ja schon so ein bisschen komisch ich kann mir natürlich nichts besseres leisten momentan deswegen schlafe ich an den bahngleisen an den bahngleisen so ja aber wie das einfach passt ne hab den trecker gar nicht bewegt jetzt für zwei touren nicht einfach beste was willst du sagen wer es kann der kann es ne so mensch ist auch voll anstrengend so machen wir mal nächste spur nächstes hier gleich zack zack alles weg hier mit dem ganzen kram ups habe ich das etwa stehen lassen tja passiert bei so einem kleinen Mähwerk ist das natürlich schnell mal passiert so ich habe mal wieder den helfer reingehauen dann können wir hier nochmal eben gucken aber der schafft ja doch einiges momentan das finde ich echt gut ah der fährt so guck mal der hat immer die den reifen auf der gesäten spur so dass er dann hier überladt naja smartass smartass richtig schlau der burschi war ja kann man schon fast einen song draus machen alter ja er ist 28 prozent hier das kann ja nicht sein der ist gleich voll dann warten wir so lange noch dann nehmen wir seine fuhre noch mit und dann ähm äh äh dann ähm ja fahren wir das ganze nochmal eben kurz weg und ihr wisst schon dass ich eigentlich schon lange äh oder vor längerer zeit eigentlich eine aufnahmepause machen wollte aber einfach nicht dazu kommen weil hier so viel zu tun ist und dies und das und das muss noch weg und das muss noch getan werden deswegen kommt der gute bauer einfach nicht dazu ja ist halt so ne aber so muss das halt wenn man halt mal ein bisschen was schaffen will dann auch wirklich ordentlich so fahr da eine pipeline da raus damit ich da ran kann und damit ich ja sehr schön das ist mehr oder weniger weil ich hier ja gerade bin und nicht weil der voll ist aber egal deswegen tanken wir mal eben im vorbeifahren ab so weit wie es geht ne sorry für die Leute die jetzt äh fährst du auf dem Feld Mensch das ist voll voll unhygiene ey die macht alles platt man ja sorry ey kann auch mal passieren ne kaufen wir einen ordentlichen Drescher und dann können wir das ganz anders machen und dann klären wir das so komm ein bisschen leer jetzt hier endlich mal oder was ah Junge mach leer jetzt der Tank ist bestimmt so klein dass er es gleich durchflötet dass ich gleich hier zack alles mitnehme und dass die ganze Zeit noch am Laufen ist aber passt sind ja gleich oben oder oben angelangt oder noch nicht ich ah ja doch beste Sache so hier kann ich nochmal kurz alles abtanken ah ist schon cool cool so ja ich kann eigentlich ja den Anhänger auch mal voll machen ne damit sich das auch mal ein bisschen lohnt und danach mach ich wirklich mal ne Aufnahmepause denn ansonsten weiß ich nicht wie lange ich hier noch äh aufnehmen werde beziehungsweise ja es reicht dann auch eigentlich eigentlich mal dann kann ich gut mal Päuschen gebrauchen um das halt alles auch so zu bearbeiten und so und dann ist das ganz gut aber an so einem Abend da kann man natürlich mal gut ein bisschen was durchknallen ja verstehst du jetzt nicht falsch und durchknallen ja ja ich weiß was du denkst ich weiß was du denkst jo lustig oder hab gelacht so oh mein Gott so fahren wir jetzt mal da runter kurz und dann machen wir auch kurz stopp 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 mal ich bin auch richtig ne ja ich glaub schon sollte sollte passen oh hups jetzt bin ich aber richtig dermaßen dagegen gekommen gegen mein Mikrofon naja passiert halt mal ne mein gutes Mikrofon es tut mir so leid dass ich gegen dich gekommen bin dass ich dir weh getan hab aber eigentlich passiert das täglich das ist mein Mikrofon schon gewohnt nein Quatsch ich behandle es natürlich gut mein bestes mein bestes Ross im Stall keine Ahnung was ich gerade erzählt habe aber hey einfach so YOLO Hashtag ja wer kennt es nicht das gute 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 äh ja Dingsbums Abkürzung Gedünste keine Ahnung wie man das nennt so meine lieben Freunde da draußen meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen wir tanken ab oder wir laden eher gesagt ab wir kriegen doch recht gut Money dafür ja das blechen wir natürlich auch gleich alles ab wenn wir den Helfer einsetzen so ich überlege fahre ich noch zurück nein ich mache hier meine Aufnahmepause dadurch dass hier mein ja mein Camping äh Butze ist da muss ich jetzt äh Tür erstmal öffnen da gibt es bestimmt ein Befehl für ich glaube es war O ne nicht P O ne schön erstmal ja ihr müsst euch das jetzt gerade mal vorstellen das bin ich noch am einbauen ähm ja da mache ich die Tür auf und dann gehe ich rein auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen wenn es euch wirklich so freut und begeistert und unterhält wie es mich äh tut ja wie ich es finde keine Ahnung ihr wisst was ich meine wenn es euch gefällt einfach den Daumen nach oben und äh ja alles andere in die Kommentare was ihr mir so zu sagen habt und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen haut ihr rein bis zur nächsten Folge ja und